Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesen Dienstag, dem 6. April 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 981 und wir sehen nach Ostern. Ich starte mit den Themen Mürrwarf, Symphonisk, Tracking, Apple Arcade, Google WiFi, LG, 500 Millionen, Mitteilungseinstellungen und Backup. Ich starte gerade mit dem ersten fast unaussprechlichen Wort. Mürrwarf, wenn man das denn so ausspricht, ist von Ikea. Das sind die neuen flexiblen LED-Listen, über die ich euch vor ca. 2 Monaten und einmal auch vor ca. 5 Monaten schon berichtet habe. Jetzt sind sie endlich im Store von Ikea Online zu kaufen. Hier in der Schweiz ein bisschen teurer als in Deutschland. Um die 49 Währungseinheiten, wenn mich nicht alles mehr genau täuscht. Plus der Transistor oder das Verbindungsstück, was man da noch dazukaufen macht. Aber damit bekommt man ein einfaches und günstiges LED-Licht und vor allem ein sehr flexibles LED-Licht, was man sich unter das Bett, unter irgendwelche Gestelle, in Gestelle oder wo auch immer, in Schränke, dunkle Schränke etc. verbauen kann. Das Schöne, sie sind smart. Das heisst, sie funktionieren mit der Ikea Smart Home App und können dadurch wahrscheinlich, das wird sich noch zeigen, in Apple HomeKit integrieren. Ich bin sehr gespannt, ob ich die auch über den Atom Homey, den wir nutzen als Gateway bei uns zu Hause, einbinden kann. Ansonsten werde ich das, wenn es irgendwie ermöglicht wird, sicherlich im Büro testen und euch dann in den nächsten Wochen ein bisschen was darüber zu berichten. Wir gehen weiter und bleiben bei Ikea und bei einem Namen, der sich mittlerweile aussprechen kann. Symphonisk, die Ikea-Lautsprecherin in Kooperation mit Sonos. Die kennt sicherlich ein jeder. Wer günstige Apple AirPlay 2 Speaker sich kaufen möchte, war bis vor kurzem mit den Lautsprechern, zumindest mit dem kleinen, mit dem Regallautsprecher, sehr, sehr gut bedient. Mittlerweile gibt es ja auch die Apple HomePods, die Mini-Dinger, die recht günstig sind. Aber wie gesagt, sehr beliebte Lautsprecher, die auch wir in unserer Community sehr viel mitbekommen haben, dass sie eingesetzt werden. Nun schaut es ganz so aus, dass es zumindest nur noch mit dem Regallautsprecher weitergeht. Wie man aus Deutschland erfahren hat können, sollen anscheinend die Lampenversionen, also die mit der integrierten Lampe, im Ausverkauf sich befinden. Das gleiche gilt natürlich auch für dessen Zubehör. Ich bin mal gespannt, ob das nur temporär ist oder ob das wirklich so ist. Wenn dem so ist, muss ich mir überlegen, da noch einen zweiten zuzulegen, weil wir haben den neben dem Fernseher, also beim Sofa stehen. Und da haben wir schon lange uns gedacht, würde sich ein zweiter davon sehr, sehr gut machen. Vor allem, da sich die hat natürlich dann auch im Stereobetrieb betreiben lassen. Weiter geht es mit einem abgelehnten App im App Store. Aber irgendwann kommen diese neuen Wellen logischerweise. Man wusste schon länger, dass Apple auf den Frühjahr diesen Jahres mit der iOS 14.5 rauskommen möchte und da die App-Tracking-Transparency mit einführen möchte. Grüssere Firmen und auch viele kleine Apps, Hersteller haben das ja schon länger drin, haben es gehörig überarbeitet. Google hat einfach mal so zwei Monate gar keine Updates gemacht, weil man Schiss hatte vor was da alles. Ihr wisst, was ich meine. Ja, jetzt ist es anscheinend so weit, dass die ersten Apps abgelehnt werden aufgrund dieser eben Tracking-Transparency oder der fehlenden Tracking-Transparency. Das deutet ganz stark darauf an, dass dieses iOS 14.5-Update relativ nah ist. Wir sind gespannt und stellt euch schon mal darauf ein, wenn das Update da ist, wird euch jede App fragen, darf sie euch Werbung zuspielen oder nicht. Und mein Tipp, geht da nicht allzu schnell und einfach drückt, drückt, drückt darüber. Überlegt euch wirklich ganz gut, welche Apps das dürfen und welche nicht. Facebook zum Beispiel oder solche Geschichten. Muss natürlich jeder selber für sich entscheiden, aber ich würde da sehr, sehr genau drüber gehen und mir das immer wieder mal ein bisschen anschauen. Weitere Neuigkeiten gibt es bei Apple Arcade. Da sind jetzt zwei neue Kategorien mit reingekommen. Apple Arcade ist der Spiele-Dienst aus dem Hause Apple, den es in Deutschland für vier Ungrad irgendwas in Euro gibt. Bei uns in der Schweiz, ich glaube für sechs Schweizer Franken. Und da sind die zwei neuen Kategorien, zeitlose Klassiker und legendäre Spiele des App-Stores mit reingekommen. Genau, der Wecker geht. Und die beiden beinhalten insgesamt 32 neue Spiele. Das heisst, aktuell habt ihr 180 Spiele in diesem Dienst für die eben oben oder vorher genannten Währungseinheiten parat, die ihr monatlich frei ohne App, also in-App-Purchase und ohne Werbung spielen könnt. Vor allem für Eltern mit, für Eltern mit Familie, genau, für Familien mit Kindern ist das natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, da das Ganze sich auch an die ganzen Familienmitglieder verteilen lässt. Weiter geht's bei Google und da stirbt wieder mal was, aber schon länger angekündigt. Die Google Wi-Fi respektive die Nest Wi-Fi App, die ja deutlich besser ist oder deutlich umfangreicher ist und war als die Google Home App. Die Home App ist diejenige, mit der ihr eure ganze Smart Home steuert, also Kameras, Rauchmelder etc. von Google und was da alles reingehört. Und die Google Wi-Fi oder eben die Nest Wi-Fi App war diejenige, mit der man das Google Wi-Fi, das eigene Router-Paket steuern und konfigurieren konnte. Und das war immer deutlich umfangreicher, da hatte man viel mehr Möglichkeiten. Google meint im letzten Jahr, als sie es angekündigt haben, dass das Ganze eben eingestellt wird, jetzt weiss man auch per wann, 25. Mai diesen Jahres, dass man die ganzen oder zumindest die Hauptfunktionen in die Google Home App integrieren wird. Mich würde Wunder nehmen, wenn es Nutzer hier im Geek Talk Daily Hörer gibt, die das Produkt nutzen, welche euch fehlen. Mir fehlen vor allem halt die ein bisschen ausgeklügelten oder ausgereifteren Statistiken, respektive die, die anzeigen, was man da alles noch zu sehen konnte und wie das Netzwerk ausschaut. Ich hoffe, dass das Google auch noch in die Home App schaffen wird, weil sonst wäre es wirklich traurig, weil dann wären Funktionen, die da nicht mehr drin sind. Auch traurig ist sicherlich ein Schrecken mit Ende. LG hat jetzt endlich wirklich bestätigt, dass sie das Smartphone-Geschäft ausgeben werden. Im Jahre 2013 waren sie hinter Apple und Samsung noch die Nummer 3 im Markt, also noch ein grosser Namen. Und dann gab es viele Fehlentscheide, viele komische Geschichten, viele keine Updates etc. Und ja, das hat dazu geführt, dass man ins Hintertreffen geraten ist. Natürlich sind mittlerweile auch ganz neue Namen auf den Markt gekommen. Oppo, Xiaomi etc., was es alles halt gibt. OnePlus und die drücken natürlich auch auf den europäischen Markt. Und somit ist es das letzte Smartphone, was LG veröffentlicht hat. Und ich bin mal gespannt, wie lange die Geräte noch Updates erhalten werden. Gut, traurigerweise haben die ja auch vorher schon nicht wirklich viele Updates erhalten. Ich erinnere mich da an das kleine Tablet, was ich von denen habe oder auch den zwei aufklappbaren Smartphone. Leider kommen da nicht so viele Updates durch. Dann geht es weiter mit Facebook. Da wurde ja im Jahre 2019 eine grosse Sicherheitslücke bekannt, die dann Facebook auch geschlossen hat im August 2019. Doch bevor Facebook es schliessen konnte, haben unnette Menschen oder nette Menschen mit unnetten Absichten Daten rausgeholt. Und zwar insgesamt 533 Millionen Datensätze von Nutzern mit deren Namen, Wohnort, E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw. konnten sie mit rausnehmen. Also alles Daten, die ziemlich unschön sind. Auch wenn die jetzt zwei Jahre alt sind, mittlerweile sind sie aufgetaucht in diversen Hackerforen, wo man das Ganze sich kaufen oder käuflich erwerben kann. Auch wenn die so alt sind, viele ändern ja ihre Passwörter nicht. Und zusätzlich gibt es natürlich mit den Informationen wie Wohnort, Geburtsdatum etc. Möglichkeiten, um an das Passwort zu kommen. Man kann ja sagen, ich habe die E-Mail-Adresse, mein Passwort vergessen und dann fragt Facebook, bestätige hier mal dein Geburtsdatum und so noch zwei, drei Fragen, Klarnamen etc. Und schon kommen sie an die Daten ran. Deshalb wieder mal unser Aufruf, wie immer ihr im Daily oder auch im grossen Geek Talk macht regelmässig, ändert eure Passwörter, verwendet starke Passwörter. Wenn ihr die euch nicht merken mögt, nehmt einen Passwortmanager und da reizt deren Möglichkeiten aus. Und wenn möglich natürlich immer Two-Step-Verification. Damit erschwert ihr genau solchen Menschen natürlich das Leben. Ein kleiner Hinweis zum Fassschluss habe ich noch. Ich habe über Ossern einen Artikel oder einen Kolumnenbeitrag rausgehauen über Mitteilungseinstellungen am Smartphone der Kinder. Dass sich da die Eltern mal ein bisschen Gedanken machen sollen, weil ich sehe immer mehr Eltern, die den Kindern einfach ihr Smartphone in die Hand drücken und sagen, Mach du mal und gar nicht schauen, was die da alles so tun und warum sie so viel am Telefon sitzen. Sie verwundern sich immer wieder, weshalb die Kinder so fleissig das Telefon nutzen und immer wieder in die Finger nehmen, anstatt dessen, dass man sich mal die Push-Meldungen anschaut. Weil die verleiten natürlich nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder dazu. Also somit sei es gesagt, dass auch für Erwachsene dieser Beitrag sicherlich nicht schlecht ist. Und zu guter Schluss muss es natürlich sein, ich habe mein Backup, macht mir Backups am Blogpost wieder mal überarbeitet und geschrieben, wie ich Backup mache und wie man Backup generell machen könnte und vor allem sollte und warum man das sollte. Aber das wisst ihr ja hoffentlich schon. Dieser Beitrag ist ja nicht für euch, liebe Hörer, sondern gedacht an bekannte, Verwandte und nette Freunde, die ihr habt, die das vielleicht auch mal wissen sollten. Schickt ihnen doch den Link, der ist auf daily.geektalk.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens verlinkt zum Nachlesen und wie gesagt teilen. Das war es jetzt aber auch schon mit dem Nach-Oster-Update. Euch einen schönen Start in die neue Woche. All diejenigen, die Urlaub oder Ferien haben mit Kindern etc. geniesst die Zeit. All den anderen arbeitet fleissig. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.